mal kardisch mitten finde ich vorspielen schlechteres schul konntet das so easy akali ich habe nichts an das muss konzert notfalls bauen der bad ist ein bad ist ein weltkloch lustig ist ein wort nach ich möchte ich möchte die jungen spielen ich möchte die johann oder was johann oder was johann oder was johann oder wotr johann oder wotr johann oder wotr was habe ich für item ich habe kein item one last time twin terrah twin terrah 7,7 average it's time ich muss erst mal losen einfach ich habe kein ich habe stone plate das schon mal gut stone plate amomo really very good welt nashers nashers oder morello vex ist in ordnung guard breaker twitch notfalls redemption war mox wie heißt der typ amomo ist auch okay ja schon mal ein twitch ist jemand open patient study so ich mach das ab drei sind kann tütsch mit dem ist nicht eben schaut weil wechs auch sehr viel schaden macht und wechs macht match damit deswegen das ist level 4 automatisch deswegen eine eine bad but you can do it die leise ich kann auch also es hat niemand geopend komplett deswegen jetzt aber noch gechillt club infinity edge das whisper guard breaker tu gauntlets den fastner und drei gold hat ich glaube es ist bo kann sein fachs bo vielleicht sogar fachs aber bo vielleicht oder was bo schütze bo ich muss noch so punk verkaufen ich kriege punk twitch dann droppe ich einfach panther für fresh ja so habe ich einfach panther für fresh aber executioner wächst oder tutsch falls ich kann one yes so 36 verkaufte ich habe 40 naja ist gar den amomo auch gut genug chat weiß das jemand ich kann das schon mal geben aber ich kann das nicht gut okay ja ich würde ich sag twitch twitch oder wechs twitch oder wechs executioner ja da wäre sieben vier executioners aber zu gut wahrscheinlich auf level 5 ist die tier 2 chance gar nicht so viel niedriger glaube ich 50 2 chance 70 prozent und tier tier 3 75 ich kann auch ich kann auch vergleiche einmal vor viel rerun wächst ja ja wenn es contest wäre könnten wir auch samira gehen samira wächst anstatt twitch wächst twitch 3 ist halt leicht zu bekommen also theoretisch ist da leicht zu bekommen theoretisch aber so oder das ist mein amomo stone plate ah stone plate slamming redemption slamming redemption drag or what ich brauche nicht damage items oder nicht ich kann kein redemption ich habe noch keinen einzigen damage item machen im bein im chilling kurz im bein infinity edge adaptive nash das morale wächst auch von mir aus ja das ist alles okay dank der repuls dank auch für 25 monate ja auch für mehr zwei jahre bereits in einem fein like ich habe kein sondern hier noch mal tenget haben und das game da war ich gar nicht gar 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 nichts damit schmerz ich habe doppelt stoffe wechs aber um panther und können das ist one for days nicht da war samira Let's go, let's go. Oh, doch nicht 7,7 Average. Wobei, ohne Rolling for Days, Rolling for Days sind 18 Gold, ne? I guess, ohne Rolling for Days wäre es 7,7 Average. Ich möchte meinen Durchschnitt jetzt auch nicht runterziehen. Naja, jetzt hier full Slow Roll. Sobald ich Twitch gefunden habe, hätte ich einfach chillen sollen. Einfach chillen und danach halt über, ja. Über 50, aber ich war schon unter 50 Gold auch. 6 Executioner auch potenziell. Ist das besser? Ist das besser oder nicht? Du hast Akali dann Backhand Damage und der Rest deines Teams macht Fronthand Damage. Weißt du? Kann man Twitch auch gut? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht, dass der braucht keinen Heal. Ach so, Guardbreaker. Guardbreaker ist wahrscheinlich okay, ja? Wo war das Game im Turnier? 7,7 Average mit Twin Terror. How is possible? Wo war das Game im Turnier? Scheiße, man. Deine Promille, Mozart. Dank auch für 25 Monate. 2. Was funktioniert? Äh, Golden's Bachelor Cup letztes Wochenende. 20, 24, oah, 25. Lange die ja auch schlägern. Okay, der Akali gibt denen einfach nur Mana, ja. Okay, der Akali gibt halt Sinn mit Kartus. Weil Kartus, Akali haut die low, Kartus finisht die. Hast du halt 2 Leute, die die Backhand Damage machen? Das ergibt so schon deutlich mehr Sinn, yo. Alter, what's happening here? Nicht im Himmel? Was für Rollst? Wieder runter. Oh, Mann, diese Mutter. Oh, lieber Mutter. Heil, did you troll me? Why did you troll me more, doggie? Aber 4-1 runterrollen, ne? Zwei Twitch-Fill noch. Ein Twitch, ne? Easy eigentlich. Easy, ja? Easy. Ist das Akali oder Kartus? Ich glaube, es ist Kartus einfach, oder ne? Aber Kartus. Ah, es ist Hurricane einfach, oder? Kann man nicht items hier bauen, genau. Rageblade ist es, glaube ich, nicht. Ah, Rageblade auf Wex höchstens halt. Rageblade, Hurricane. Hurricane Twitch scheint okay zu sein. Gibt ihm auch einfach AD, ne? Ich glaube, es ist Amira raus. Aber dann, äh, dann ist mein Stormblade so wasted, ne? Dann ist mein Stormblade bisschen wasted. Remember your roots. Dann kriegen alle Buffs bis auf Amumu. Auch nicht schlecht. Na, crashes ist es nicht, glaube ich. Das, das... Wasted mein Dingsbums. Will ich hier räumen? So. Ich hab voll günstig eine Rod Morello. Morello Wex, mach ich als nächstes. Morello Wex, mach ich als nächstes Chat. Jo, dank dir, Nomi. Danke für den Raid. Wollen wir uns nicht allen. Alles fit im Schritt. Zwei ein Panther? Ne. Ne. Die Stats, die du von, äh, von, äh, Twin Terror bekommst, sind besser für Carries. Oh, Mann, Alter. Nimm Glavme, glaube ich. Nimm Glavme, glaube ich. Amumu 3 bald. Ah, so nervig. Ich wünsche dir, Raid Games würde einfach Pings und Chat deaktivieren. Und dieses Rübert teleportieren auch. Das ist auch so nervig. Schön, Gott. Ah, ich würde auch... Also, falls ich kann, will ich kurz chillen. Morello war auch sehr gut, glaube ich. Einfach Deffen, aber gut, die anderen sehen das halt, weißt du. Es geht nicht darum... Es geht auch darum, wegen dir, aber... Es geht auch darum, dass die anderen das alle sehen, weißt du. Weil ich hätte das gar nicht gesehen. Also, wenn ich das sehe in die Nile, alles klar. Aber ich hab's nicht gesehen. Und ich hab jetzt nur durch den Ping gesehen. Und der hat ja auch Dreck verkauft jetzt hier. Weißt du, was ich meine? Und die pingen ja noch nicht mal mit Namen, weißt du? Was gibt's noch? So Kinder... Kinder... Flachpfeife... Flachpfeife... Wanause... Wanause ist eigentlich kein... Was gibt's denn noch? Flachpfeife? Was hab ich noch anderes gesagt? Flachpfeife... Boah, ich hatte noch ein anderes Wort. Warmbümscher... Schlitzohr... Flachzange... Flachzange... Lümmel... Auch nicht. Flachpfeife... Flachzange, ja. Schlitz... Na, schlitzst du eigentlich auch nicht. So... Du du... Dann send dudes, please. Danke auch für 28 Monate. Du fassest ja auch. Nischna, aber er ist alles so... Also er ist... Okay, chat. Looking good, looking good. Kommst da rein, komm rein, halber chat. Nein. Du du... Du 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 du. So Leute raus... Somewhere Guasse Die R dulu 5 und wir können leveln. Deathblade einfach. Deathblade Sunfire. Das können wir nicht öhm und geben oder...? Ach, whatever. Drei Items weg, suche ich jetzt. Drei Items weg, suche ich jetzt, Chat. Wurde ich gleich spielen. Jetzt noch wegs drei. Ah, ich pushe erst mal Level 8, aber. Oh Gott. Oh Gott. Stebt, das wäre gut. Ich dachte, der spielt gegen mich. Junge. Boxinger. Der spielt gegen mich. Junge. So. Level 9 könnte ich 6 Executioner spielen, richtig? Level 9, 6 Executioner, das ist kein Level 9 Push. Wir bewegen uns auch einfach nicht mehr, am besten. Yes, yes. Yes, yes. Ich spiele die Comrad ohne Twitter, funktioniert erstaunlich gut. Also 6 Executioner meinst du, ne? Ja, das, also. Das scheint sehr gut zu sein. Wieso ging die Com nicht so in GC ab? Dachte, schon, die sei bad. Ne, die ist fucking gut. Wie bereits erwähnt. Ich, ich hatte 7,7 Average mit der Com und die Com war im Durchschnitt von allen, also, alle Spieler betrachtet waren die im Durchschnitt immer noch 3,84. Das musst du dir mal vorstellen. So gut ist die Com eigentlich. Es wird immer was auf 3. Ne, ne? Wir sind safe, glaube ich. Ich glaube, das ist ein First. Schnauern wir genau hin gleich. Nehmen wir raus. Auf 3. Ich dachte, was? Hallo Heinrich, wie läuft die GC für dich? Wir haben 20 Golden Spatula Cup Punkte. Wir brauchen wahrscheinlich noch so 35. Ich denke, wenn man 55 hat, ist man safe. Vielleicht weniger. Wer weiß. Mal schauen. Guck mal drauf an, wer sich für den nächsten Cup qualiziert, wer dann wie platziert und so. Aber, ja. Okay. Ich habe Twin Terror, baby. Easy Twin Terror. Und da. So. Ich mache mich wieder auf den Street Ordner. Bum. Und Karl hier rein. Oh fuck, 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 fuck. I'm fine. Zack laufen nach rechts. I'm fine. Am I fine? Der Zack ultiht mich noch nicht. Double dub. Double die. I'm not fine. I'm not fine. Zack, ex-quadre hat die Frontend irgendwie? Ja, mein Team steht auch auf dem Haufen. Die wollen einfach von Esser. Esser hat hier drei Units gewonshottet. Ich so, Jut. Holy shit, wo ist mein Team hin? Okay, wir brauchen Level 10, die Laui oder so schnell. Aber wenn es klappt, dann sind die Fights sehr schnell vorbei. So. Bin ich dran? Wächst drei einfach, oder? Emo Emblem? Ich glaube, wie lau ich Emo Emblem. Warum steht dieser Twitch hier vorne? Ah, scheiße, Jut. Da, 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 da. Spiel ich gegen Geiste, oder nicht? Ist hier einfach so scheiße, oder? Ihr Browser. Oh, eigentlich, der gewinnt? Eigentlich, der gewinnt wirklich? Hä? Warum gewinnt der? Ah, weil der Lucian, Lucian kann Yasuo nicht so gut killen, deswegen. I see. Lucian kann Yasuo nicht so gut killen. Aber spielst du mir noch nicht gegen... Warte, ich hab letztes Mal gegen Geist gespielt, ne? Das ist ein big oldie. Boom, got a shit. Yo. Der eine muss für mich Junk besiegen, ja. Wacket Twitch? Na, mir fehlt aber Vex3, mir fehlt aber Vex3, mir fehlt aber Vex3, trust, mir fehlt Vex3. Boom. Boom, 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 Bingchilling, Bingchilling, boom, 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 Bingchilling. Mir fehlt einfach Vex3, chat. Ja, passiert. Einfach, äh, Pause machen, vielleicht. Ein Fiest of Vakali, weil, irgendwann muss doch tanken, oder nicht? Ein Schlingel muss hier doch auch tanken, oder nicht? Ich bin auch im Plus. Ich hab 1 gegen 1. gemacht, 8... 1 gegen 8 gemacht, und dann fast nur Top 4, ne? So, okay. Komm ich hier Level 9 überhaupt? Nicht wirklich, oder? Ja, Level 10 meinte ich. Komm ich hier Level 10? Also, 1 Elawi muss ich auch spielen, potenziell. 1 Elawi muss ich auch spielen, potenziell. 1 Elawi 2, dass wir können. Ich bin auch Ere Emo nicht, versucht ich sie an. Oh, mehriration. 4 Emo, du hass. Two Emo, ich bin auch fein. Sie müssen gehen. Wirth.. Das ist sogar ganz offen. So, was sehr��. Ah, Twitch kann den nie raustun, yo. Ah, shit, ist es 4er Emo? Ich muss Twitch raustun, oder nicht? No joke. Ich muss 6 Executioner auch einfach raustun. Blime, wir haben 6. Oh, whatever, mate. Wächst mein Carry. Ja, ich glaube, es waren einfach 6 Executioner aus. Die beiden raus. Zweiten Twitch und dann noch irgendeine Unit. Der hätte mir einen Fight früher vielleicht gewinnen können. Mann, der Fight war schon knapper eigentlich, ne? Der Fight war schon knapper. Ich glaube es eigentlich. Twitch, 2. Akali, die raus. Das ist mein Play. Heißt das mein Play. Da war ich auch nicht gewonnen. Mal gucken. Vielleicht reicht es, die Frontend noch zu gewinnen dann hier. Bam, 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 bam. Schlecht aus. Ah, mach mich rode ich also, minds. Tsch Mud. Nah, mach mich näher.